Hey Leute, CrimeX hier. Was geht ab? Ich bin Paul Berger. Heute gibt es mal einen Tag in meinem Leben. Mein Tag beginnt um 7.30 Uhr. Also ich bin gerade auch erst aufgewacht. Also falls ich hier ein bisschen fertig aussehe, Leute. Ich bin gerade aufgestanden. Und ich würde sagen, ich nehme euch heute einfach mal den ganzen Tag mit bei meinen Aufnahmen, wenn ich zum Sport gehe und bei allem, was eben so ansteht. Also heute mal einen Tag im Leben von CrimeX. Wenn ihr das Ganze feiert, lasst gerne mal ein Like und ein Abo da, wenn ihr so viele Sachen feiert. Wie gesagt, mein Tag startet um 7.30 Uhr. Jetzt stehe ich auf, Leute. Und jetzt mache ich mir erstmal einen Kaffee, Leute. Let's go. So Leute, ich bin jetzt wach. Meine Freundin ist in der Küche dahin. Die macht uns jetzt meistens erstmal Kaffee, Leute. Und Leute, ihr kennt ja meinen Morgenfrühstück. Habe ich euch mal auf TikTok oder in einem Short gezeigt. Immer ganz, ganz wichtig. Ingwer-Shot, Leute. So Leute, meine Freundin macht mir nämlich immer selbst Ingwer-Shot. Leute, ich sage euch, der brennt ordentlich. Ich will jetzt nicht meine Mütze aufziehen. Ich habe morgens halt so eine Frisur. Komm jetzt. Ich nehme das hier gerade undercover auf. Ja, ich werde hier wegen meiner Frisur am frühen Morgen gechargt, Leute. So, jetzt geht es zu meiner Freundin und bringt mir eigentlich meistens Kaffee, Leute. So, Laptop. Und da sind Unterlagen drin, weil ich morgens eigentlich immer noch so ein bisschen Buchhaltung mache. Belege einscannen für die Umsatzsteuer. Und Leute, man kennt das. Und Leute, noch voll der Fail. Ich habe mir hier extra für den Vlog heute. Da habe ich mir eine richtig krasse Kamera geholt. Das ist so eine DJI Pocket 2. Und das Problem ist einfach, meine Mikro-SD-Karte ist zu groß. Ich muss unbedingt heute noch eine SD-Karte holen, damit ich den Vlog mit dieser Kamera weiterführen kann. So, Freunde, jetzt erst mal Cheers. Ah, Erba. Schatz, heute ist auch Valentinstag, oder? Ja. Ja. Ich wäre ja nicht ein Crymax, wenn ich nichts hätte. Doch, doch, doch. Nein, das ist ein Geschenk uns nichts. Leute, man kennt natürlich den Genre. Warte. Ich muss hier gerade ganz kurz einmal rausgehen. Ja, ich habe meine Mama beauftragt. So. Freundin zeige ich nicht, ist privat. Aber ihr könnt mir glauben, dass sie sich gerade sehr, sehr freut. Also, was sagt man? Alles gut zum Valentinstag? Keine Ahnung, ja, danke schön. Ja, ein paar Blumen ist ja nichts. Ja, dann danke an deine Mama, ne? Ich habe das bezahlt und ich habe das in Auftrag gegeben. Und sie hat das heute Morgen hier hingelegt? Ja, weil es musste doch der Überraschungseffekt sein. Ja, Leute, da ist mal einmal süß und dann heißt es, die Mutter hat alles gemacht. Na. Mama, danke schön für deine Hilfe. Oh, Schatz, sehr ehrlich, hat eine Frau schon mal so Bumen bekommen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ja, das ist schön. Ja. Leute, übrigens, soll ich euch noch sagen von meiner Freundin, dass sie gerade krank ist, warum ihre Stimme so ein bisschen mitgenommen ist. Aber, Leute, seid immer gut zu eurer Frau. Wisst Bescheid. Warum guckst du jetzt so? Ja, dann ist sie auch gut zu dir. Ja, ja, weißt du auch, dass du gut bist. Du machst mir Kaffee, ich kriege meinen Ingwer-Shot. Und, ja, auf jeden Fall heute sehr, sehr viel ist geplant. Ich muss nämlich jetzt gleich noch, normalerweise gehe ich morgens eigentlich immer erst mal zum Sport mit dem Lukas. Habt ihr vielleicht schon mal bei ihm gesehen. Heute gehen wir aber ein bisschen später zum Sport, weil ich muss erst noch mein Auto wegbringen zur Inspektion. Dann gehen wir zum Sport. Dann müssen Videos gemacht werden. Und heute Abend kommt sogar noch mein Friseur vorbei, weil ich übermorgen schon mit meiner Freundin nach Dubai fliege. Da gehen wir in Urlaub. Und, ja, deswegen noch einiges geplant. Muss noch viele Videos vorproduzieren. Deswegen, ich gebe Gas, Leute. Let's go. So, Leute, meine Freundin ist jetzt hier gerade am Belege sortieren, weil die macht bei mir die Buchhaltung. Bei mir angestellt. Stimmt, Schatz? Mhm. Du bist der beste Chef auf der ganzen Welt. Ach, da. Erzähl mal, was du heute so machst. Ich setze mir jetzt Belege. Aha. Dann mache ich mich fertig. Aha. Dann hole ich meine Mama ab. Aha. Und dann fahren wir nach Köln. Oh mein Gott, was macht ihr denn in Köln? Da habe ich einen Termin. Aha, was für einen Termin? Ich erledige was für dich. Für mich? Nee, jetzt aufhören zu lügen. Was erledigst du? Ich habe einen Friseur-Termin. Leute, wenn ich den Ingwer-Shot jetzt auf Ex trinke, dann mindestens 30.000 Likes hier. Au. Wie ein Mann. Wie ein Mann habe ich den getrunken. So, Freunde, es geht weiter. Wie gesagt, erster Punkt auf der Tagesordnung. Auto abgeben. Das heißt, ich ziehe mich jetzt erstmal an. Ziehe mir vor allem mal eine Mütze auf. Dann geht's los. Und Leute, guck mal, ich bin hier gerade im Ankleidezimmer. Noch eine wichtige Info. Und zwar ab sofort in meinem Shop sind wieder alle Größen verfügbar. Von den Shirts und den Hoodies, Leute. Alles wieder am Start. Mit eigenen Tags, eigene Schnitte. Komplett gestickt. Big Baba-Qualität. Mit Metallkordeln, ihr wisst Bescheid. Auch die Größe XXS jetzt am Start. Also wer Bock hat, Leute, checkt das Ganze aus. iCrimex.shop, ihr wisst Bescheid. So, Freunde, jetzt ziehe ich mich an. Ich habe mir so ein neues Paar Air Force von ein paar Tagen geholt. Schwarz-Weiß. Finde ich ziemlich cool. Und Leute, ich mache bei Air Force immer diese kleinen Einlagen rein. Damit die nicht knicken hier vorne. Weil ihr kennt das ja. Vielleicht habt ihr selbst so ein Paar Air Force. Ich glaube, jeder hat in seinem Leben schon mal ein Paar Air Force geholt. Wenn die hier vorne knicken, dann sehen die echt nicht mehr so nice aus. So, Freunde. Kleiner Outfit-Check. Wie gesagt, diese neuen weiß-schwarzen Air Force. Schwarze Levi's Jeans. 511, glaube ich, ist das. Weil viele auch immer fragen, was ich für Jeans trage. iCrimex-Hoodie, ihr wisst Bescheid. Mütze. So geht's los. Boah, Leute, der Bentley wird mal wieder aus dem Winterschlaf rausgeholt. Eigentlich fahre ich den Wagen gerade nicht, weil der nur Sommerreifen drauf hat. Aber ich fahre den ja jetzt nur kurz in die Werkstatt. Deswegen geht das, Leute. Ich bin den auch schon echt länger nicht mehr gefahren. Boah, der war eigentlich auch so dreckig. Guckt euch das mal hier hinten an. Der ist echt, der sieht aus wie Po-Ritze, Leute. Der muss jetzt erstmal auch wieder sauber gemacht werden. Also ich werde jetzt erstmal zu meinem Bentley-Händler fahren. Freunde, der Wagen bekommt eine Inspektion und Wartung. Ich glaube, alle 10.000 Kilometer muss das gemacht werden. Der Wagen hat jetzt auch schon 10.000 Kilometer drauf. Also ich bin auch letztes Jahr ordentlich damit gefahren. Und im gleichen Zuge lasse ich auch noch eine Steinschlag-Folie oder Steinschlag-Schutzfolie auf den Wagen machen. Das heißt, im Front-Spoiler und auf der Motorhaube kommt dann eine Steinschlag-Folie drauf. Und das schützt den Lack einfach vor Steinschlägen. Also der Name erklärt ja eigentlich schon alles. Ja, let's go. So Leute, ich bin jetzt hier bei Bentley Mannheim angekommen. Servus. Der Wagen wird jetzt weggegeben. Hier, Tobi, der Chef. Der Wagen gehört jetzt erstmal dir. Und wird dann wieder abgeholt. Sehr gut. Jetzt geht's wieder nach Hause. SD-Karte geholt. Hier, Malik, der Ehrenbruder, fährt mich noch nach Hause. Ist hier gerade, bist du, sag mal, noch Lehrling? Oder bist du jetzt schon? Nee, eigentlich bist du noch Lehrling. Ja, hat jetzt seine Prüfung gemacht, Leute. Er fährt mich jetzt nach Hause. Guter Service bei Bentley. Und ich hoffe, die SD-Karte geht, Leute. Okay, Freunde, der Moment der Wahrheit ist gekommen. Die Kamera, die neue Micro-SD-Karte. Das Problem ist nur, laut Internet muss das eine A3 sein. Micro-SD-Karte A3. Und das jetzt eine A1 und eine A2 habe ich schon zu Hause. Und eine A3 gab es aber irgendwie beim *** nicht. Ich habe jetzt die Hoffnung, dass diese A1 reinpasst. Und dass ich jetzt hier diese neue Kamera verwenden kann, Leute. Das wäre so nice. Wenn nicht, wird der Vlog mit dem iPhone aufgenommen. Es tut mir leid, Leute. Nein, nein. Leute, was ist das? Es klingt nicht. Oh, schon wieder Müll gekauft. Ey, ich wusste nicht, dass das so kompliziert mit SD-Karten ist. Ich dachte, Micro-SD-Karte ist Micro-SD-Karte. Es geht nicht. Perfekt, Leute. Leute, es geht ab zum Sport, Leute. Mit dem Lucas Brawl Stars. Wie gesagt, normalerweise gehen wir immer um 9 Uhr morgens. Heute um halb 12. Weil ich muss ja noch das Auto abgeben. Aber jetzt geht es erst mal ab zum Sport, Leute. Let's go. Leute, ich freue mich auch richtig auf den Sommer, wenn der Pool dann wieder ready gemacht wird. Jetzt hier gerade noch alles tot im Winter. Aber hoffentlich wird es bald wieder warm, Leute. So, Freunde, jetzt geht es hier mit dem Kallinen weiter. Boah, Freunde, ich kann euch auch echt sagen. Real Rap. Ich liebe dieses Auto. Erst mal schön die Tür zu machen. Natürlich automatisch. Und let's go, Leute. Heute ist auch Rückentraining angesagt. Mit Lukas. Oh Gott, die Garage hier ist eng. Heute ist Rückentraining angesagt. Aber ich habe noch voll Muskelkater von dem Brusttraining. Aber egal, wird schon klar gehen, Leute. Hey, Mr. Brawl Stars. Ja, was geht's? Heute Rückentraining. Ja, auf jeden Fall, ne? Würde ich was sagen. Let's go. So, Freunde, wir machen immer zu Beginn des Trainings erst mal 2 Kilometer auf der Laufbahn, um warm zu werden. Das machen wir jetzt. Natürlich rennen wir jetzt auch gleich noch. Und ja, man. Let's go. Okay, Leute, wir machen jetzt die erste Übung. Kreuz heben. Ja, Grundübung für Rückentraining muss es sein, auf jeden Fall. Wir machen das jetzt mit 90 Kilo gerade. Haben auch schon einen Aufmermsatz gemacht. Und ja, wir fangen jetzt einfach mal an. Zieh durch, Max. Sehr nice. Ja, saubere Ausführungen. Ich fühle mich wie so ein Fitnessblogger gerade. Also, aber Leute, wir machen das auf jeden Fall jetzt 3 Mal. Die 3 Arbeitssätze. Einmal aufwärmen. Das war der erste Arbeitssatz. Das heißt, jetzt noch 2. Let's go. Okay, nächste Übung, Freunde. Ja, als nächstes machen wir Reverse Butterfly für hintere Schulter. Wir wollten eigentlich gerade schon erst Rudern machen, aber das ist gerade besetzt. Deswegen machen wir erst hinter die Schulter. Ich nehme mir da immer vor, die Schulterbleiter so. Möglichst weit zusammenzuziehen. Aber man kann es richtig schön mit der hinteren Schulter. Rücken genau auch. Nice. Okay, Freunde. Wir kommen jetzt zur letzten Rückenübung. Hier am Dabturm. Ein bisschen hier schön für den Latissimus. Auch wieder 3 Mal 8. Ganz klasse. Das ist gut. Okay. Vorletzte Übung. Prinzeps. Hier am Seilzug. Ja. Stell dir vor, unten ist das Gesicht von einem, der deine Luxusvilla zerstört hat. Alphasteinsgesicht. Genau. Gut, Freunde. Wir kommen zur letzten Übung. Wir machen am Ende von jedem Training noch mal Bauch, Leute. Für die Sommerform natürlich. Auch, keine Ahnung. Ich mache eigentlich immer so 10 bis 12 Wiederholungen und 3 Mal. Let's go. Wir rennen, die Wunsch und Schluss, Freunde. Ja. Wir sind raus aus dem Fitnessstudio. Ja, Mann. Und wir haben ja auch schon nebeneinander geparkt. Also ich würde sagen, wir sind hier die Baller auf dem Parkplatz. Ja, so nice. Einfach Lukas hier im AMG GTR. Aber du musst eigentlich hier für das Video auch nochmal einen Soundcheck machen. Also der Wagen ist ja ganz saftig knaptig. Hier im Kali nehmen. Boah, wir müssen eigentlich mal einen kleinen, warte mal. Du machst Soundcheck bei deinem, dann machen wir bei meinem. Ja, okay. Wird zwar ein bisschen Enttäuschung, aber übrigens nicht wundern, Leute. Ich habe jetzt hier gerade die Winterreifen drauf. Nicht die schönen Menzo-Felgen, wie bei der Abholung. Aber Safety first. Muss ja sein. Aber komm Lukas, dann. Zeig mal, wie ein schöner V8 klingt. Hallstatt bei Minusgraden. Uiuiuiui. Alter. Leute, also ich muss sagen, das ist bei AMG sehr, sehr nice, das Blubbern. Das machen die schon gut. Uiuiui. Ja, das macht AMG schon sehr, sehr bewält. Okay, warte, komm. Jetzt mal rein aus Interesse. Ja, ich bin du auch da bei mir hinten. Alles klar. Das wird halt bei weitem... Also ist zwar ein V12, aber... Ja, eigentlich ist auch sehr krass, ne? Ist halt auch Rentnerbasis. Genau, also ich gehe mal hier. Aber ich bleib mal hier stehen, ja? Ich bleib einfach drauf stehen. Okay, Max, gib Gas. Ich gib alles. Ja, aber es ist auch sehr nice, ehrlich. Ja, geht halt. Ich weiß halt, ist ja auch so auf Dezenter, so ruhig gemacht. Ja, safe, safe. Na ja, schreibt es in die Kommentare, Leute. AMG, los, los. Was feiert ihr mehr? Let's go. Jetzt muss aber gearbeitet werden. Ja, normal. Videos produzieren es nicht von alleine. Das stimmt. Also, mach's gut, gell? Wir sehen uns. Wir sehen uns, mach's gut, ciao. Ciao. Zuhause angekommen. Jetzt werde ich mich erst mal duschen, fertig machen und dann fang ich an mit Videos aufnehmen. Falls ihr euch gerade fragt, ey, du machst ja voll wenig Videos nur. Das variiert bei mir immer so ein bisschen. Also, ich würde sagen, falls ihr euch fragt, wie lange ich so am Tag im Durchschnitt Videos aufnehmen, durchschnittlich 8 Stunden am Tag, würde ich sagen, mache ich Videos oder bin ich am PC. Da gibt es manchmal lange Tage, wo ich halt wirklich von morgens bis abends direkt morgens um 8 anfange und dann bis, keine Ahnung, 20 Uhr Videos mache und manchmal halt nicht so lange Tage, wie jetzt zum Beispiel, wenn ich Erledigungen mache beim Sport bin. Aber ich glaube, für das Video wäre es nicht so nice gewesen, wenn ich einfach nur vom PC gewesen wäre. Deswegen heute so ein Tag, wo ich ein bisschen mehr anderes mache. Aber jetzt geht es gleich an den PC und fang an Videos zu machen. Freunde, frisch geduscht. Der Merch ist an. So muss das sein. Normalerweise würde ich mich jetzt noch rasieren, den klassischen 3 Tage Almondbad. Aber heute Abend kommt mein Friseur vorbei, deswegen muss ich das jetzt nicht machen. Jetzt benutze ich noch immer eine Tagescreme, Leute. Finde ich auch sehr wichtig, damit die Haut auch immer gut bleibt, Leute. Da benutze ich hier diese Trunk Elephant. Ja, finde ich ganz gut. Die benutze ich jetzt immer. Die mache ich jetzt noch drauf und dann geht es los, Leute. Weiter geht es. Wir haben jetzt 13.48 Uhr gerade. Ich ziehe auch gleich noch eine Cap auf, zum Aufnehmen schön. Aber bevor es weitergeht, bevor ich jetzt normalerweise würde ich jetzt erst was essen. Aber dadurch, dass heute alles ein bisschen später ist, wird jetzt natürlich erstmal das Video eingestellt. Weil, ihr wisst Bescheid, jeden Tag pünktlich um 14 Uhr geht mein Video online. Hier bin ich auch immer auf Discord mit den ganzen Jungs. Wir sind eigentlich immer so den ganzen Tag alle auf Discord, sprechen uns ab, machen gemeinsam Aufnahmen oder quatschen einfach über YouTube generell, Leute. Immer alle am Start hier, die ganzen Paul Berger. Aber jetzt gehen wir mal kurz rüber hier zu YouTube. So sieht das aus. Hier sind meine ganzen Videos immer aufgelistet. Und hier hat mein Cutter auch schon das Video für heute hochgeladen. Der kann das immer auf meinen Kanal direkt hochladen. Und ich kann das jetzt hier einstellen, Leute. Da kann man einmal hier die Monetarisierung einstellen. Da kann ich jetzt hier entscheiden, wann hier Werbeblöcke kommen, Leute. Kann auch mal jetzt hier einfach mal bei drei Minuten. Zack, Werbung schalten. Ich schalte jetzt hier mal Werbung, stelle das Video ein. Und dann geht das Ding hoffentlich pünktlich online. Jetzt werde ich mir aber erstmal was zu essen machen. Meine Freundin macht mir immer Essen. Mittags und abends. Auf jeden Fall Ehrenfrau. Die ist aber heute unterwegs beim Friseur. Und deswegen hat sie mir was vorbereitet. Leute, wir gucken mal, was es zu essen gibt. So, schauen wir mal. Zack. Hier. Oh Gott, sehe ich doch schon was. Und? Oh, schau mal. Die hat sogar noch einen süßen Zettel hier dazu geschrieben. 180 Grad Heißluft, circa 15 bis 20 Minuten. Und ein kleines Herz auf ganz süß. Was gibt's? Aha, Lachs und Reis. Let's go. Jetzt gibt es erstmal schön was zu essen. Wir haben hier einmal Lachsfilet und Reis. Ja, sehr nice. Meistens trinke ich so eine San Pilegrino. Die finde ich ziemlich nice. Also die trinke ich eigentlich fast immer zum Mittagessen. Oder eine Cola Light aus der Glasflasche. Aber heute hatte ich mir Bock auf die San Pilegrino. Und ich bin so ein bisschen scharfstüchtig, falls man das so nennen kann. Ich muss irgendwie überall Tabasco und so draufhauen. Und ja, Leute, ich esse jetzt mal was. Let's go. Jetzt geht's hier los mit Videos aufnehmen. Hier natürlich schon OBS auf, Leute. Mit OBS nehme ich immer meine Videos auf. Zwei Fenster. Einmal fürs Gameplay. Einmal für die Kamera. Hier natürlich die Kamera. Softbox ist an. Dann mache ich mir immer in Google Kalender, mache ich mir immer so eine To-Do-Liste, Leute. Also ihr könnt jetzt zum Beispiel hier direkt sehen. Das nehme ich dann immer auf. Und dann kann ich das immer so schön abhaken. Einmal King-Crimex-Video. Also für meinen Drittkanal, für Paul Berger, für iCrimex, für Hauptkanal und dann noch The Walls. Das ist ja unser neues Minecraft-Projekt, was wir schon alle vorproduzieren. Ich denke mal, wenn ihr das Video seht, hat das Projekt auch schon gestartet. Und ja, Freunde, dann würde ich sagen, jetzt geht's los. Feierabend für heute. Wir haben jetzt gerade 19 Uhr, beziehungsweise 5 vor 7. Ich bin schon ein bisschen spät dran, weil ich muss jetzt meinen Friseur abholen, Leute. Der kommt jetzt zu mir. Dann kriege ich nochmal die Haare geschnitten jetzt. Ich habe jetzt auf jeden Fall alle Videos erledigt bekommen, zum Glück, Leute. Und ja, dann geht's weiter, Leute. Let's go. Hier seht ihr auch übrigens gerade noch, wie ich das alles hochlade. Das wird jetzt hier hochgeladen für meinen Cutter, Google Drive. Und der kann das dann runterladen und dann daraus das Video schneiden. Freunde, jetzt geht's los. Hier, mein Friseur Diamant am Start. Was willst du sagen? Willst jemanden grüßen? Aber, Leute, schaut euch das mal an. Hier, mein eigener iCrimex-Umhang. Sehr, sehr nice. Bin ich stolz drauf. Hat auch nur 16 Euro auf Amazon gekostet, aber ist cool. Okay, Diamant auf jeden Fall. Friseur meines Vertrauens. Und dann würde ich sagen, wir legen los. So, Freunde, ich bin wieder zu Hause. Ich habe gerade meinen Friseur noch nach Hause gefahren. Wir haben mittlerweile 21 Uhr. Ja, jetzt esse ich einfach nur noch aufentspannt was mit meiner Freundin. Und meistens schauen wir dann einfach nur noch Serie und Filme auf ganz entspannt abends. Ich bin jetzt aber noch kurz am Laptop, Leute. Check jetzt noch ab, ob mein Cutter weiß, was er für morgen für ein Video macht. Und mein Thumbnail-Designer, dem muss ich auch noch schreiben, was er für morgen für ein Thumbnail für das richtige Video macht, Leute. Also das heißt, ich check jetzt noch, ob das dann quasi morgen das richtige Video kommt für euch. Und ja, wie gesagt, meistens schauen meine Freundinnen und ich einfach noch ein paar Serien oder Filme abends auf ganz entspannt. Dann check ich noch ein bisschen die Videos von meinem zweiten und dritten Kanal aus. Oder auf meinem Hauptkanal lesen wir noch ein paar Kommentare. Und ja, das war's eigentlich, Leute. Das war's. Ein Tag im Leben von iCrimax. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Wie gesagt, nicht jeder Tag ist so. Es ist ganz unterschiedlich. Mal bin ich auch wirklich nur so 10, 12 Stunden zu Hause von morgens bis abends von den Videos auf. Oder auch mal ist es wie heute, dass ich halt eben weniger Videos aufnehme. Das ist ganz unterschiedlich. Ich gucke eigentlich immer so, dass ich 5, 6 Videos vorproduziert habe. Dass, falls ich mal krank bin oder irgendwie PC kaputt ist, whatever, dass halt einfach immer Videos auf Lager sind. Und ja, Leute, das war's auf jeden Fall gewesen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Schreibt gerne in die Kommentare, ob euch das Ganze gefallen hat. Ob ihr vielleicht noch mehr ein bisschen aus meinem Leben sehen wollt. Nicht nur immer die Gaming-Videos. Und ja, dann vielen, vielen Dank fürs zu Ende schauen. Kuss geht raus. Und dann würde ich sagen, bis dann. Haut rein, Leute. Weiß, kümmern. Tschüss.